Als Chevrolet mit der Entwicklung der Corvette der fünften Generation begann, behielt man zwar die Tradition im Auge, verwendete aber die neueste Technologie, um die beste Corvette herzustellen, die es jemals gab. Die Karosserie der Corvette C5 besteht aus Glasfaserverstärktem Kunststoff und ist viermal so hart wie das des Vorgängermodells C4 aus dem Jahre 1984. Die geschwungenen Linien der C5 sind selbst dann äußerst beeindruckend, wenn sie nur am Streckenrand steht und erinnern noch an die früheren Corvettes. Die Fans der amerikanischen Sportwagenlegende würden es auch gar nicht anders haben wollen. Der neue Aluminium V8 Motor mit 5,7 Litern Hubraum und 345 PS bringt die C5 in weniger als 5 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 280 km pro Stunde und die Übersetzung erfolgt über ein manuelles 6-Gang-Getriebe. Das flotte Handling wird durch eine Einzelradaufhängung mit verstellbarem Fahrwerk unterstützt und unabhängige innenbelüftete Scheibenbremsen mit ABS-System sorgen dafür, dass die geballte Kraft nicht außer Kontrolle gerät. Die C5 bietet eine ganze Reihe von Hightech-Elementen inklusive der Reifen mit Notlauf-Eigenschaften, deren Druck vom Armaturenbrett aus kontrolliert werden kann. Corvettes wurden schon immer exotische Fahreigenschaften zu einem fairen Preis und der neue Wagen setzt diese Tradition fort. Er kostet nur wenig mehr als sein Vorgänger. Auf Wiedersehen!